Im zweiten Teil der September-Sitzungsfolge stimmte der Landtag mehrheitlich für einen Beschlussantrag der Grünen, der von der SVP mit unterzeichnet worden war. Dieser zielt darauf ab, kulturelle Vereine und Organisationen zu unterstützen, damit diese Leerstände für eine Nutzung als Arbeitsstätte für Kunst- und Kulturschaffende anbieten können. Ein Jahr gab es auch für den Vorschlag der Südtiroler Freiheit zu prüfen, ob kostenpflichtige öffentliche Parkplätze in den Südtirolpass integriert werden können. Keine Zustimmung fanden dagegen zwei weitere Anträge der Südtiroler Freiheit. Einer davon befasste sich mit der Verhinderung des im Rahmen der Arbeitssicherheit vorgesehenen Punkteführerscheins auf Baustellen. Einer sah den Aufbau eines autonomen Radio- und Fernsehsenders vor. Ebenso abgelehnt wurden drei Anträge des Team K. A. Mit einem Wahl ein Sonderregister der Berufskammer der Ärzte für Zahnärzte mit ausschließlich deutscher Sprachkenntnis gefordert worden, mit dem zweiten eine Anpassung der Zweisprachigkeitsprüfung an die Berufsbedürfnisse im medizinischen Bereich. Mit dem dritten das Recht auf ein Kleinkindbetreuungsplatz. Ein Nein gab es auch für den Antrag der Freien Fraktion, der vergünstigte Tarife und Freizeittickets für Einheimische vorsah. Einstimmig genehmigt wurde indes, das von der Landesregierung vorgelegte neue Gesetz zum Ladinischen Kulturinstitut, wie der zuständige Landesrat ausführte, werde damit die Organisation des Instituts an neue Verwaltungsvorschriften angepasst, etwa hinsichtlich der leitenden Positionen und der Harmonisierung der öffentlichen Haushalte. Angenommen wurden schließlich noch zwei Anträge der Mehrheit. Ein Begehrensantrag von SVP, Freiheitlichen und La Civica zur Verschärfung der Strafen für tätliche Angriffe auf Polizeibeamte und ein Beschlussantrag von La Civica, SVP und Fratelli d'Italia zur Unterstützung von Initiativen für Mitplanung und Mitgestaltung sowie der Vereinbarungen zwischen öffentlichen Körperschaften und Körperschaften des dritten Sektors.